Yo Leute, willkommen zu einem etwas anderen Video. Ich zeige euch hier eine Wiederholung, die ich gerade gespielt habe. Und zwar drehte sich um ein... Ja gut, das ist nicht gerade ein Spammer, aber ich wollte mal etwas probieren. Das muss ich einfach zeigen, sorry. Das muss ich jetzt einfach zeigen. Ich sehe die Hilfen, ich sehe den Charakter. Ich denke, ich habe dasselbe gedacht, wenn ihr das gesehen habt. Ey, scheiße, Alter. Ich habe ihn getrollt. Oder ja, man sieht es, dass ich ihn versucht habe zu trollen. Am Anfang habe ich ein bisschen gekämpft und dann habe ich plötzlich gesehen, ey, weißt du was? Jetzt mache ich echt nichts mehr. Jetzt fange ich auf den Trollen. Und ab da habe ich beschlossen, das Comeback zu machen. Jetzt fange ich glaube ich an. Ja. Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen asozial, aber ich fand es einfach total lustig, dass es funktioniert hat. Es war total spontan, Alter. Oh Mann, das war etwas Bessend, dass ich euch gerade zeigen konnte, Alter Tut mir leid, dass ich so einen verarschen musste, der wenig Punkte hat, aber ihr wisst ja selbst, Punkte spielen euch gar keine Rolle mehr Naja, egal, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich kriege hoffentlich nicht zu viele Dislikes Ich würde mal sagen, Ciao, euer Impact Riders, war mal was anderes von my Ninja Storm Generations und ja, bis die Tage dann Tschüss, Zana Ich würde mal sagen, Ich würde mal sagen,